Wir fahren gleich weiter. Jetzt weiss ich gar nicht. Jetzt gibt es noch ein Rennen auf der östlichen Insel. Es geht dann über Vice Point und dann gibt es noch die ganze Stadt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit dem könnte man auch machen. Wann es das dann machen fällt mir gerade auf mit dem Fahrzeug hier. Mal schauen wie das so geht. Jetzt aber nirgends mehr anecken sonst dreht das Auto in Rauch auf. Zur Abwechslung speichern wir mal wieder. Mal wieder. Und zur Sicherheit gleich nochmals. Blau-Gelb dieses Mal. So jetzt schauen wir mal was es noch gibt. Was es noch gibt. Also den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Okay. Endurance. Okay. Ja. Dann hatte ich recht. Dann machen wir jetzt noch die Tour und die Endurance machen wir einen separaten Part. Okay. Gut. Ich bin nicht da. Ich bin der Bruder von Gehen. Ich bin der Bruder. Ich bin der Bruder. Ingeregt. Bei der Bruder. Ah, hier sind wir mal wieder auf der richtigen Seite, diese blöden Lockerden. Wir müssen mal schauen, wie es irgendwie so oft war und so oft war. Sorry. Was ist jetzt mit? Okay. 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 Jetzt muss ich neu laden. Das ist der pc so ruckelt. das ist wirklich ekelhaft. Tu mir leid aber. und das spiel dass ich weiß nicht warum das teilweise das geruckelt das ist nervtötend alles kommt wirklich auf quasi feinmotorik an aber wenn das spiel da so ruckelt dann ist die feinmotorik am arsch aber wir sind auch dieses mal also wir sind jetzt mal sportlich natürlich stehen dort wo ich dort fahren will gleich in zehn leute aber jana toll kinder 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 was macht ihr also das ist ein straßenrennen kein karambolage rennen jungs und ich habe einfach den eindruck ist es verdammt viel verkehr für dass das morgen fahren die alle zur arbeit oder was ja das erste mal habe ich den trick gemacht oder mit dem anstupsen konnte ich natürlich da hat der p-zahler noch nicht so geruckelt auf jeden fall konnte ich dort mir ein bisschen mehr zeit lassen weil ich hatte ja schon einen hübschen vorsprung gut dafür habe ich einen checkpoint verpasst also vier minuten 40 minuten ins wunder ob ich das schlagen dann wenn wir dieses rennen gemacht haben dann können wir mit der der eiscreme fabrik die distributions mission heißt hier muss man einfach eis verkaufen und 50 mal und dann ja und dann haben auch die eis fabrik erworben ich glaube sagen wir relativ gut gefahren eben weil ich sag's mal so wenn man einen guten vorsprung hat dann kann man auch ein bisschen vorsichtiger fahren gab einen kurven nicht mit vollgas in die kurven rein möchte man so sagen die hälfte haben wir jetzt dann bald etwa die hälfte des rennens ja zwei minuten 18 muss ja fast weil wir haben ja 540 und nehmen nicht an dass wir jetzt schlechter gefahren sind als das erste mal wie bereits gesagt wir haben bis jetzt ja noch kein checkpoint aber vielleicht am anfang hatten wir ein bisschen probleme übrigens das als ich das erste mal das rennen gefahren bin hatte ich hier einen der hat mich überholt da war ich zweiter aber hier habe ich ihn dann wieder das war noch nicht hier oben war es genau hier oben hat er missgebaut da habe ich ihn überholt da war ich wieder erster und dann ja schrottet mein auto und dann jetzt holen natürlich die anderen auf wo wegen diesem dämlichen idiot ja toll schrottet mein auto nein 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 ja also wenn ich sehe dass dein auto herangerast kommt dann gehe ich aus dem weg ich stehe da nicht mitten auf die strasse das wird knapp ja und stehen immer autos im weg und immer so lieferwagen das ist unglaublich und wenn die wort ja natürlich gerade in den weg der fett natürlich nicht um der ist irgendwie aus getan der holz holzlaterne und ich darf jetzt nirgend mehr gegen fallen sonst geht mein auto in rauch auf und die konkurrenz ist auch nicht mehr weit zum glück geht es nicht mehr ran nicht mehr lange das rennen wenn ich jetzt zeit hätte will ich ein paint spray aber das kann ich vergessen das niemals noch einmal und dann geht das rauch das auto in rauch auf dann habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen bock dazu obwohl moment ich glaube genau jetzt doch um die ecke und dann haben wir es geschafft ich soll jetzt wirklich vorsichtig sein so das tippen keinen an gut ja die zielinie ja wir haben es geschafft wunderbar ich hätte nicht mehr damit gerechnet und der wird es gleich unten repariert und in die garage gestellt so oh jetzt habe ich gar nicht geschaut wie viel zeit wir haben da muss ich noch schauen ihr habt es wahrscheinlich jetzt schon gesehen ich schaue mal nach dem fall waren wir schlechter sogar wahrscheinlich okay naja wie auch immer wir haben was wir wollen dann Vielen Dank.